Hallo und herzlich Willkommen zu meinem achten RetroStream. Mein Internet war weg. Mein Internet war weg. Das Regen war der letzten nur eine halbe Stunde. Jetzt muss ich mich erst mal wieder einklicken. Ok. Hoffentlich hört man mich gut. Test, 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 Test. Gut. So, jetzt müsste alles so laufen. Hier hat heute was los ey. Mein Internet weggeknallt. Da war ich gerade mitten im Philosophieren meiner Gamer Spores. Auf die kann man aber nicht zugreifen. Genau, ich wollte gerade herausfinden, ob noch ein Diamanten Ding dabei war. Warum haben manche so Diamanten davor? So, zack, zack. Jetzt habe ich meine Detail wieder geschlossen. Das ist nicht so schreckig. LOL Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist das Anzeichen so weg. Oh, mein Wort spinnt. Mein Textprogramm. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Beauty. Das sind mehrere Diamanten. Das ist doch nicht so wichtig. Ich will wissen, wie der Score heißt, den ich jetzt gerade mache. Das heißt, ich finde den Wurfmesser. Ah, den kriege ich mir auch noch. Blogger. Careboy, der Ausschalter. Ich bin die Front. Ich bin die Front. Töten Sie mir die Front, damit es alle Rotermisten und Faschisten. Ach, das ist es, glaube ich. Ich glaube, dass es der Score ist, den ich gerade probiere. So. Wo bin ich? Ich muss immer sporten, wie sie die Geiseln umbringen, damit wirklich alle im Level sterben. Da, da unten. Da ist eine Unterbrechung im Entschied im Leben wieder. Wenn Sie in der Lage folgen, finden Sie die Konstruktoren. Du legst den Stichscheißen. Das ist generelliser Rat. Ich zeige die Wahrheit. Ich schwöre es. Ich habe den Weg zu Kassett markiert. Schicken Sie einen Mann hin und um es zu prüfen. Bitte, ich habe eine Frau und deine Geschäfte. Ich habe die genandio большой Mackie. So wie die Menschen sein oder Gäu presentiert ein paar Macher oder so. Never nur Faschieren. Jetztuen Sie. Schöne mit ihr exploitation. Jetzt bin ich sch? Ja. Ich bin nicht любим. Ich kann sie essen hier mal, dass ich jetzt ökertet. Ich hoffe, jetzt haben wir alles. Könnte man nicht irgendwie... Das war's nicht. Macht nicht irgend so was wie Machtsicht? Das war's nicht. Aber wie nehm ich das wieder aus der Hand raus? Ne, nach Sicht hab's noch nicht. Schau, die... Wundert nicht, dass ich das Spiel so leise gestellt habe, das ist wirklich... ein lärmendes Level. Da darfst du noch vier Pechkau noch nicht haben. Schaut da noch einer rein. Na, das sieht doch so weit so ganz gut aus. Alla, haben wir noch nicht haben. Also, das sieht doch so aus. Das sieht doch so aus. Jetzt sind sie leicht alarmiert, aber sie haben noch nicht den Suchscheinwerfer angemacht. Ja, wie macht er so einen Fall ein bisschen schlimmer? Da hinten sah Rainer. Da hinten sah. Ufff Na, jeden erwischen uns nach Hausraum Hab ich noch zwei Stück Das Problem ist, dass die immer durch ihre Helm geschützt sind, also Kopfschluss nicht Dreh dich doch mal um Ja Können die auch ausschießen? Ja! Egal Es ist halt schade, dass man die Nachtsicht hat, weil die Klebe ist ja wirklich... Du sterst! Boah, hab ich noch ein Messer? Ja, ich hab noch ein Messer! Ja Jetzt bin ich drauf beordentlich eingetaggt, Leute Ups Ne, alles gut, bin ich verletzt Normale Schaltdämpfer Nein! Für Nachtsicht! Muss man sich die Nachtsicht direkt kaufen? Oder wie funktioniert das in dem Game? Das ist eine gute, berechtigte Frage Ich hab noch ein Messer Zwei Wissen Schöne Wissen 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 Das war's. Oh, er hat er gespeichert. Das ist gut. Das ist gut, das war schon mal gespeichert. Die mit ihren Schießereienübungen da. Das haben sie so nervig gemacht, das Level. Das war's. Ich weiß nicht, wie ich möchte. Viel Wert. Oh, man kann sich das Spiel gut durchmessern. Das war's. Menschliche Feinde. Was findet ihr nicht? Das ist cool. Das ist schon mal cool. Gott, hell. Scheiße. Ein Glück gehört zu diesem Chemo-Score. Nicht, dass man da mit erscheinen muss. Das war's. Das war's. Jetzt gucken wir uns auch schon mal unseren neuesten Erfolg an. Krigant. Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt hat man sich nichtiece. Das war's. Alles lecker. Alles lecker. Mehr schon mal die Reise. Das war's. Ich würde sagen, wie soll ich es natürlich jetzt nicht laufen lassen. Die Reise. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Ja, ja. Das war's für heute. 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 Ich zieh mich, krieg ich den scheiß Feuer da. Das Taschenlampe ist doch auch wieder einer rum. Schwer hat sich allein schon nur auf dieser rechten Kückenerche vorzuarbeiten. Das ist jetzt der Punkt, wo ich mir langsam aber sicher mit dem weiteren Speicherpunkt wünschen werde. Ne, das ist auch nicht dicht. Na, bis hier auch nicht weiter geht's. Das ist jetzt der Punkt. Das ist jetzt der Punkt. Das ist ein bisschen besser. Das ist ein bisschen besser. Oh! Das war's. 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 Das ist. Das war's. 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 Wir wollen. Untertitelung. BR 2018 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 Jungen, diese Dreckschweiner sollen auch noch mal wieder werben, ich glaube es hat. So, weiter geht's. 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 , Das ist umschuppen, das ist cool. Oh, cool, ein Panzer. Ja, das ist ... Ist das Tageslicht? Ja, das ist das Tageslicht. 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 Hier ist die Waffe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warte, das ist hin, gehe nur. Ah, man muss das auch auf Deutsch spielen, um überhaupt auf diese Anzahl zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Raus kommt er auch nicht. Feige Sau. Okay. 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 Hier ist das. Eins hab ich noch. So, rechts. Jawohl. Weiß ich, der Springer. Geht doch. Mein Gott, konnte heute drei Game of Thrones machen durch die Vorbereitung von damals. Und. Wie viel hat das jetzt in dem Game of Thrones? 30, ne? Wie viel hat das jetzt in dem Game of Thrones? Wie viel hat das jetzt in der Mitte? Wie viel hat das jetzt in dem Game of Thrones gemacht? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, was haben wir jetzt noch für levelspezifische Dinge? Ja. 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 Ich weiß nicht mehr, was eine Amöbe ist. Töten sie 30 Feinde? Töten sie den Hamburger Dinosaurus, bevor sie durch die Lüftungsabdecken kommen. Das Depot. Der Ranger an Tote Stadt. Da sind wir schon vorbei. Sparen sie 100 Militärpatronen zusammen. 1000 Militärpatronen. Schaffen sie ihn mit der Voltranon 30 Gills. Beenden sie das Spiel im Spartaner Modus. Töten sie 10 Spinnen. Überlebender. Beenden sie das Spiel im Überlebensmodus. Wenn es böse ist, töten sie es. Werden sie ein echter Ranger. Tauschen sie 500 Militärpatronen bei Wechselstufen ein. Das ist geheim. Wahrscheinlicher werden sie den Erfolg freischalten. 2,15. Dann würde ich das Spiel aber nicht nachher freischalten. Geil. Okay. Meine nochmal durch die ich habe. Na großzügig. 10 Feinde. 50 Telepaten. 50 Telepaten. 30 Skull. Mal schauen. Schreiben mal. 14 Drahtwein. Kuparota. Ja ne Freund. Genau. Heimlich für 15 Feinde. Wo ich mich echter macht. Das war fein. Die geile Mensch. Das geil für alle. 10. 30 Feinde. Wurfmesser. Das sind auch alle meine Feinde. Okay. Ja. Da kann man sich. Also das ist. Du und Dusselig machen im Game. Okay. Machen wir weiter. Oh. Hi Fuji. Dich gibts ja auch noch. Was führt dich her? Was bedeutet das? Was hast du geschrieben? Vor 2 Minuten. Immer diese brutalen. Teilen. Komisch sind. Das Tier. Was du da machst. Du hast jetzt eine Weihnachtsmütze auf. Lädt. Oh nein. Mein Internet. Kackt. Gerade. Ab. Warum? Oh. Schau etwas her. Ich wollte mal vorbeischauen. Das freut mich. Ach du Scheiße. Mein Internet. Sag mal. Hörst du mich flüssig? Kannst du mir mal sagen. Auf du mich flüssig hörst? Meine Leitung wird mir jetzt rot angezeigt. Schau etwas her. Ich wollte mal vorbeischauen. So. Moment mal. Moment. Jetzt kriege ich Panik. Genau. Ich treme eigentlich mit einer Video-Bitrate von 2000. Er kann sie auch nicht halten. Ich treme euch nicht. Ich treme dich nicht. Und so was nimmt sich 100.000 Leute? Könnte es einmal reinkaufen? Egal, solange überhaupt Daten ankommen, ich höre nicht, wüsste ich auch, dein Bild stockt etwas. Scheiße! Könnte das wirklich sein? Was machst du da? Aber ist doch da schon die andere Zeit? Leute, Leute, nicht vorhandene Leute. Das schließen wir erst mal, aber das wird es nicht besser machen. Hier bin Stocktasleiter. Ja, da hat auch mit dir nichts zu tun. Ich habe einen Hausgast. Hehehe, unvertrieben formuliert. Und, ähm, gibt es gerade Minecraft. Aber ich habe 6000 Upload. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt nicht mal die 2000 halten kann. Da schwankt hier immer was bei 600 und und so. Das ist ja, bäh. Das Einzige, was ich halt machen könnte, wäre... Bei mir stockt es ja auch, wenn ich dich beruhigen kann. Ich sehe es ja jetzt gerade. Das Einzige, was ich jetzt auf die Schnelle machen könnte, wäre... Das Spiel nochmal beenden und nochmal starten. Ich sehe es ja eineée, was ich jetzt hier noch anzuschlagen. Ich mache es ja immer noch an der Witchere. Ich sehe es ja nur an biel rook Spitzen rum. Das ist ja schon. Da ist ja auch... Ja, es ist ja auch am Dtt Ist. Ach man. Muss auch nicht unbedingt daran liegen. Muss auch nicht daran liegen. Moment Fütschi, ich brauche Geduld. Ich bin gerade am... Ich kläre das gerade. Ich bin gerade am Ende. Ich bin gerade am Ende. So was sagt jetzt mein Opel? Wieso lädt er nur mit 1000? Was soll der Scheiß? Ich kann doch sonst auch Minecraft hochladen und abladen. Stockt es immer noch Fuji? Ja muss eigentlich noch stocken. Ja stockt noch und das ist ja mal. Okay. 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 Switch liegen. Ne ne ne. Ich sehe es ja an meinem OBS, dass meine Leitung rot ist. Das kann auch ein Switch? Nee ne ne ne. Ich sehe es ja an meinem OBS, dass meine Leitung rot ist. Ich sehe es ja an meinem OBS, dass meine Leitung rot ist. Ich sehe es warum. Da lädt gerade jemand ein Youtube Video hoch, während ich streame. Ähm, in ein paar Minuten wird es wieder flüssig. Gott sei Dank. Ich dachte schon, das passiert durch Videospiele, aber bei einem Video ist das klar. Ich kann kein Video hochladen, wenn man streamt. Das ist Irrsinn. Also ein paar Minuten ruft jetzt noch Fuji. Gott sei Dank. Ich hätte jetzt, also wenn das jetzt, ich hätte ein Internetanbieter wechseln müssen, wenn das jetzt hier nur allein durch Surfen kommt. Wenn jemand anders im Hintergrund surft. Aber, das ist klar. Wenn jemand das auch lebt, ist klar. Fuh, 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 fuh. Warum sollten wir zöger? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht über den Sicherheitsdienst rufen. Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer fasst bis daher noch das Schweine auf? Ich sag Bescheid, wenn sie so flüssig wird. Gutes Argument. Hör sie gut, du rote Abschaum. Biete zu deinen Marks oder sonst wen. Ha, 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 ha. Wenn du ungenade bin, setzt. Überlegen wir uns vielleicht noch für dich schnell können. Wir brauchen noch ein Mal. Wir brauchen noch ein Mal. Hm. Zuckeldi-Duckel. Eine Sache, liebe ich bei den Börsen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den abzudrücken. Ah, ich seh es rufen. Vier Frames die Sekunde oder so. Du bist Mero's Schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist dein Nachzeichen. Ich bringe dich besser zum Meerladen. Egal wie die Nacht ich laufe, dräbe sie für die Nacht. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. So. Nachtsicht habe ich ja schon. Alles gut, wird gemacht. Was meinst du mit wird gemacht? Ich will schon wieder den Kontext verjetzt. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen durch den Wind. Der Wind zuckelt und rumpelt. Ich glaub, ich bin wegen dem Kontum abfuckern, ne? Nicht? Ich kann schwören. Ach ja. Oh, Dynamit. Ich liebe Dynamit. So. 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 gesagt, wenn es wieder flüssig ist. Ja, gut. Alles klar. So. Hmm. Geh mal ein. Buch kann man leider nicht aufsammeln. Ja, in welchem Level bin ich jetzt eigentlich? Hier ist es mal raus. Ich gucke es mal durch. Es hat so viel an Gamerscores zu tun in diesem Game. Das ist der Wahnsinn. Okay. Tote Stadt, da waren wir auf jeden Fall schon. Wie sieht es mit Außenposten, Schwarze Station, Hunter. Hunter waren wir auch schon. Scheibenhonig. Hunter waren wir schon. Wie sieht es mit Schwarze Station, Depot und Außenposten aus? Schwarze Station, Depot, Außenposten. Ja, ja. Draufgeschissen. Also Hunter und Schwarze Stadt ist schon mal fail. Und das ist Schaddi. Und Hunter und Tote Stadt, das kann ich leider nicht mehr machen, diesen Gamerscore. Da müsste ich beim nächsten durchspielen gucken. Ich habe mir vor, dieses Spiel tatsächlich zweimal durchzuspielen. Ich weiß nicht, ob ich das dieses Jahr mache, das weiß ich noch nicht. Nicht, wie es mir gerade blöd aussieht, aber es passiert eh nichts im Stream-Fad. Ja, es zuckelt noch ein bisschen. Oh, egal. Solange man mich hört. Ich habe hier eh nur eine Radiosendung und keinen Stream. Okay, jetzt kommt Wagenkampf. Für Wagenkampf gibt es keine speziellen Gamerscore. Da können wir das Level jetzt erstmal gemütlich machen. Das haben wir ja eben schon gehört. Ist ein bisschen blöd gemacht, dass dieses dämliche Modem das nicht so hinkriegt, dass der einen Download-Befehl für YouTube nur so viel ergibt, wie noch da ist an Download. Stattdessen bremst er ja OPS, was schon an war. Oh, es ist eine Frechheit. Eigentlich müsste ein Modem sowas selber regeln können. Ich finde sowas zum Kotzen. Weil da kann man nie die ganze Leitung nutzen. Ich habe schon 20.000 verworfene Frames, deswegen. Ich bin am Lorken, esse gleich. Ja, dann hast du das mit den ruckenden Böds schon mitgekriegt, wahrscheinlich. Ignorier das mal noch die nächsten 10 Minuten oder so. Ähm, meine Frage. Was ist denn schönes? Ich bin neugierig. Und komm mit Kartoffeln. Oh, kannst du schon baden? Ich liebe Kartoffeln. Ich kann mir nie wirklich leisten. Beziehungsweise, ich meine jetzt nicht finanziell, sondern es zu kochen, weil ich bin zu faul. Die müssen geschält werden, das geht gar nicht. Man könnte echt in Kartoffeln baden. Wenn du um Gnade bin, selbst überlegen wir uns die Lachter für dich schnell können. Das ist ein Klischee. Kann jemand von euch russisch? Ich kann wissen, was die da draufstehen haben auf dem Armel. Snap da. Guten Hunger. Rotkornkartoffeln. Wie jeden Tag, Rotkornkartoffeln. Gehen wir zu dem Panzerwagen. Aber das ist der Klang. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Presiden. Da hat nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Aufkrank? Schau mir gerade dein Pizzarezept ein. Cool. Hast du das noch nicht gesehen gehabt? Das freut mich. Bitte nachmachen. Bitte Erfahrungsberichte. Das ist geil. Das ist geil. Das ist richtig lecker. Habe ich ewig nicht gemacht. Ich habe noch Klumpen Seitan hier. Ich will das unbedingt nochmal machen. Einen einzelnen Seitan-Klumpen habe ich noch da. Da kann ich leckere Fleischspitzer machen. Mit Seitan. Ah, ich liebe Seitan. Ich kann warten auf Seitan. Ich kann den Satra fixen auf Seitan. Ich liebe Seitan. Okay. Hufo, ich hatte vorhin sogar die ganze Musik in den Ball laufen, die du vorhin da gepostet hattest. Bin ich hier richtig? Na, was gibt es denn hier Schönes? Ah, die Dagger, die kriegt. Ja, es gibt immer so grundlose Nebenschauplätze hier in dem Game, wo es gar nichts gibt. Vorhin hier habe ich zum Beispiel eine Höhle. Oh, eine neue Maske her damit. Ja, jetzt liegt meine alte, es ist kaputt. Oh, ich habe eine neue Maske. 280, 220 Volt Strom. Wieso in aller Welt packen die eine Maske in so einen stabilen Metallbehälter? Das hat eigentlich keinen Sinn. Du hast auf mir anlaufen, einen hier wischend zu geben. Au! Au! Warte mal, irgendwie macht man die Taschenlampe an. Nee, das war es nicht. Ja! Macht man nur bei Gegnern ein Staff Level. Oh! Filter! Messer! Herrlich! Ich kann jetzt schon 16 Minuten draußen an der verseuchten Luft bleiben. Ah, ich liebe dieses Spiel B28. Okay. Ich besitze in Real Life übrigens, für die, die es interessiert, auch einen Spind. Hat genau solche Lüftungsschlütze. Mich trotzdem immer noch schimmeln in dem Ding. Ha, ha. Gut, das Ding mal aufräumen und neu, neu ordnen. Natürlich jetzt auch schon ewig wache. Da ist der noch nicht mal ansatzweise ausgereizt, was da reinpassen würde. Oh! Ja, es lohnt sich in dem Spiel alles nachzugucken. Total tutisch ist, dass man nur 5 Medibacks mitnehmen kann. Also das ist für den Schwer-Modus wirklich die Hölle. Das Spiel ist selbst im leichtesten Modus Parken-Schwer. Ich bin erst mal ordentlich mit Muni eingedeckt. Ich liebe diese Waffe. Was sagt ihr eigentlich zu dieser Waffe? Gibt sowas auch in Real Life? Oder ist das eine Fantasiewaffe? Bin mir aber nicht so sicher. Ich bin diesen Muni von rechts nach links die Dingen. Ich bin jetzt ein Pilot-Manzine. Ich bin jetzt ein Pilot-Manzine. Dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe du weißt wie man einen Md benutzt. Also Leute, viel Glück. Prockt mein Bild noch? Ich glaube mal ja, oder? Oh! So, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder Nosalis abrattern. Wie hieß diese Map? Hat sich einer gemerkt wie es diese Map hieß? Wir versuchen leise hinter die Straße zu gelangen. Ruhig bleiben, dann übersehen sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung herkriegen sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Ich bin mal gespannt. Um Gottes, diese Tresine langsam. Ich kann hupen. Was ist das? Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf die Transportplan. Wir wurden zur vordersten Streikensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Mund liefern. Die haben ihre Mundlieferung bereits bekommen. Wer sind sie? Heben sie EW4 an. Halt! Alarm! Fahrzeuge der Mannen! Wie soll ich mich drehen? Wie soll ich mich drehen? Wie soll ich mich drehen? Muss man doch dumm sagen. Ich weiß nicht, dass er sich das ausgedacht hat hier. Aber man muss dieses Ding mit zwei Sticks lenken. Ja, fein von hinten. Dings! Ich weiß nicht, dass es für mich so bleibt. Es wird dir endlich mal explodiert. Es wird wieder links. Herr Gott. Fakt. Ich finde die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Schieß doch! Kannst du kurz nehmen? Links, Aktion! Links? Das ist doch rechts! Wenn wir ruhig stehen bleiben würden! Und wo schießen die denn? Mach doch mal die Strasine weg! Irgendwas sehen würde! Ich stehe im Feuer! Sieht einer von euch irgendetwas? Ich schieß doch wieder nicht! Na ja! Die Steuerung ist nicht drin, die sagt das letzte! Ich kann mich nicht heilen! Oh mein Gott! Es ist ein Panzer! Boah! 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 Das war klar, euer Ding nicht mehr wehrt Ich mach dieses Leben überhaupt nicht Jetzt hört er los, Stunden später, ey! Ja, war klar Da haben wir einen Gamerscore Wie viel ist das heute? 30 menschliche Feinde mit Kopfschüssen getötet Na lol Das alles gerechnet Mit so einer Waffe Mit so einer Waffe 24,18% der Spieler haben diesen Erfolg beigeschaut 24,18% der Spieler haben diesen Erfolg beigeschaut Das alles entscheidet Vor allen Dingen, wenn wir jetzt nicht auf was ich schießen soll Du machst mit nem linken Stick nach rechts, nach links Und nem rechten Stick nach oben, nach unten Das ist ne Katastrophe ist das Ach Leute, das ist ein Witz Das ist der leichteste Modus des Spiels Das muss ich mir vorstellen Es gibt kein Leichtarm Das wäre ja selbst von aller schwersten schon was da ist Und jetzt hört er mal aus, so hartnäckig zu ballern Hartnäckig Gott 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 Angekommen. Wo ist nur da eine Kerl? Wir passen das kleine Mini-Dinger in den Rücken. Und Nachtsicht. Oh, Tresor, 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 Tresor. Jawoll, der neunte von 15. Bald habe ich meine 1000 Patronen zusammen. Jetzt habe ich auch wirklich genug. Ja, Masken gehen nicht, oder? Schade. 20 Minuten Masken kann man nicht einschicken. So, so. Noch gerade? So, ne, ne. Jetzt bin ich schon mal über 20 Minuten. Oh, jawoll. Oh, jawoll. Das sind ja solche Flugdinger. Hier rein zu gucken, hat sich erlohnt, Leute. Jetzt haben wir Licht. Das Luftdruckgewehr. Ja, nur welche Waffe würde ich halt tauschen dafür? Ich tausche mal kurzfristig meine Revolver dafür. Was ist da eigentlich? Ich muss noch die Zweitpunkte in der Waffe. Oh, das Ding ist teuer gewesen. Egal. Jetzt ist es halt, wie es ist. Es ist echt teuer gewesen. Aber ich will unbedingt mal mehr. Schade. Ja, ich lasse das jetzt nicht. Aber irgendwie muss man die Waffe drauf pumpen können. Irgendwie muss man die Waffe drauf pumpen können. Ich weiß grad nicht wie. Zweitpunkte, bitte. Das Spiel hat wahrscheinlich die schlimmste Steuerung im Universum. Ich soll jetzt nicht schießen. Das gibt's doch nicht. Ich muss doch irgendwie die Möglichkeit haben. Ich weiß, dass man diese Waffen aufpumpen kann, diese Luftdruckwaffen. Genau. Jetzt ist die Luft aller. Das ist ja das ist das. Das ist das. Das ist das. noch mal hell und luft ok wir haben es übrigens 3 uhr 2 ok aufdruck waffen sind auch schön leise ach von hier komm ich uhr aber bei mir gerade eine windböe in real life vorgemerkt erwartet dass wir den schien wagen erobern und außerdem haben sie keinen blitzangriff von hinten erwartet ich habe keine ich habe keine gewissensbisse die zeiten des gesitteten kriegs sind vorbei wenn du in den rücken stechen musst um zu überleben dann tun wir hier in der metro das ohne mit der wimper zu zucken und dann schlagen wir noch einmal zu wichtig ist nur selbst rückendeckung zu haben ok verraten kampf welches kapitel ist das da steht das kapitel nicht drüber steht das kapitel nicht drüber steht das kapitel nicht drüber 好了 nicht es so erwacht Vielen Dank. Vielen Dank. Ist mein Bild immer noch ruckig? Hmm. 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 Okay. Na gut. Dann wollen wir mal weiter machen. Okay. Wahnsinn. So rasch. So. Irgendwie muss man auch die Patronen wechseln können. Na ja. Hum. Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Oh, jetzt kommt das Depot. Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum. Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum-p Wachmann töten. Na, das wird ja witzig. Das kann ja eiter werden. Wie? 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 Eine Stiefel blieb möglich. So, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Nicht. Hier muss ich mal zahlen. Erledige ihn auf Jorgen. Schließt die Tore. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Das ist doch im Leben nicht das Depot. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist doch nicht das Depot. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wow, warte mal, warte mal, warte mal. R Wei, das gibt nichts. Leck mich am Arsch! ... 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 Boah, viele. Das ist unnötig. Was? Jetzt hätten sie uns in diesem Tunnel erwischt. Was ist denn da? Es gibt auch noch nichts. Aber es ist ja genug, eh. Wo bin ich? Ich mache mich ungefähr auf, was ich���の足. Ich mache mich. Was nur noch was ist. Das ist der Baum. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Das ist der Baum. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe den Gemos quasi allein am heutigen Tag geschafft. Das ist ja Wahnsinn. Kann mir jemand sagen, ob ein Bild noch guckt? Ich habe hier ein bisschen vor den Gat. Das ist ja Wahnsinn. 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 Das taue ich, unsere Handelsblasen. So. Ich bin am überlegen, ob ich jetzt noch schnell was anstrebe oder ob ich gleich Anschluss mache. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht mehr, jetzt noch was Neues anzufangen, weil in ein bis anderthalb Stunden möchte ich was essen. Ich kriege langsam Hunger. Ich hatte heute nur Toast, Tomatentoast bisher. Jetzt bin ich in das Depot, hoffe ich. Okay. Okay. So. 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 Steuvertret ist ganz schön, dass wir fließen in dem Game. Herrgott, wo bin ich? Ach, wer gibt es meine Waffe also noch? Hat die Zoom? Ey, die ist ja besser als die, die ich hatte. Ja, aber leider hat sie dann keinen. Alter, die hat nicht nur Zoom, die hat 80 Zoom. Die Batterie wird langsam an. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, wenn man jetzt hier noch ein Schaltanfächchen dran baut. Was ist das? Welche Lampe schalte ich hier die ganze Zeit außen ein? Keine Ahnung. Liegen auf einer Scheibe. Leute, ist mein Bild wieder flüssig. Schreibt doch mal was. Aufwachen! Ufo, Futschi! Aufwachen! Was trinkt, geht weiter! Ach ja! Ufo ist wahrscheinlich im Rotgol versunken und dabei eingeschlafen. So. Habe ich einen Bock auf Rotgol mit Kartoffeln? Das kann sich keiner vorstellen. Neuer Eintrag, neuer Eintrag! Ein schrecklicher Tod. Meine Kameraden sterben, einer nach dem anderen. Und ich kann nichts tun, um sie zu retten. Ja. Ich habe sogar das Gefühl, dass sie sich selbst opfern, damit ich weiterkomme. Ja. Aber bin ich das wert? Ja, bist du. Ist mir selbst wert zu viel, du Arsch. Ähm. Bild ist flüssig. Juhu! Du lebst! Freut mich. Mein Bild ist wieder flüssig. Mein Bild ist wieder flüssig. Ich freu mich. Ich wäre selbst bereit zu sterben, wenn Hunters Mission damit erledigt wäre. Aber habe ich das Recht, andere diesen Preis seien zu lassen? Ja, haste. Ach Gott! Trinkt man ein bisschen Unterricht bei mir. Das verschreckt nicht, dieser Typ. Wer hat mir dieses Recht gegeben? Du! Wenn ich es habe, Hunter oder Gott? Ja! Oder habe ich es einfach an mich gerissen? Ich weiß es nicht. Ach, das ist das Verstand der 24-7-Selbstzweifel. Das verschreck ich mir den Typen. So, was hat denn der ja schönes auf seiner Schulter? Ach ja, das ist ein roter. Das sind Russen sozusagen. Die Faschisten sind die Nazis. Die sind allerdings nicht Nazis nennen dürfen oder wollen. In dem Spiel. Da haben sie halt Faschisten genannt. Glaube ich zumindest. Obwohl ich persönlich mit diesem Begriff nichts anfangen kann. Na, jetzt bin ich hier drin, nun. Ach ja! Ja! So komme ich quasi... Ja, da komme ich jetzt... Ah, woher muss ich hin? Hier geht es ja nicht weit an der Stelle. Nächster Stauberfalle. Nächster Stauberfalle. Ja, hier geht es auch nicht hoch. Jetzt bin ich noch bei der Tresine. Junge, knallt das! Junge, knallt das! Jaaa! Ich hab den Leitz nicht mehr rechnen können So Ich brauch zur Station, Arati Genau, jetzt bin ich eigentlich erst in das Depot, oder? Wo war ich da jetzt gerade? Ich lade nochmal frisch. Das war jetzt nicht etwa das Depot, oder? Nee. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Das war das Depot. Das ergibt keinen Sinn. Wie soll denn das gehen? Machen wir nochmal. In das Depot, unbemerkt. Und die Faschistenstation einbrechen und leise den ersten Wachmann töten. Ja, wie soll denn das gehen? Ja, das ist genau der, der da wegrennt. Aber wie macht man es, dass man danach nicht entdeckt wird? Muss dann nochmal rein. Jula, Zeiten aus der Hölle. Was da? Ohne Mann müsste an der schwarzen Station warten. Vorsicht, Durkin! Verdammt! Mussten die all diesen Straf bauen. Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, Durkin, oder schieß? Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnelz musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, wusste Tod. Da gab es diesen Vorfall. Nur ist eine Stiefel nicht möglich. Dazu, wir kommen bald an der Station ab. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Ja, sie können noch keine Alarm geben. Okay. So, wir wollen, ja, das war jetzt, für mich, zu. So, wir wollen, ja. Vielen Dank. Ich habe es geschafft. Geil. Nicht einen Schuss kriege ich ab. Was nicht alles geht? Wie geil. Geil. Jetzt kommt noch mal ein Dinosalis-Auschrecher. Ich hasse Dinosalis. Au. 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 Oder waren die Dinosale schon weg? Ne, der Kerl muss noch sterben. Dinosalis kommt noch. Das ist das Depot. Verzügen oder was? Ja, Dinosalis habe ich nie Bock drauf. Dinosalis. 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 Dinos progressiv... Schütze? Ist der denn jetzt schon der freigeschaltet? Wahnsinn Mein siebter Gamerscore schon 100 Gegner mit Schrotblinden Na ja, klar, deswegen Wow Sieben Gamerscore Noch zwei Stücke Und ich habe so viel wie sonst zuvor im gesamten Juli In diesem Game Krass Ja, und jetzt stirbt er auf jeden Fall Ich kann ihn leider nicht retten Das ist doch Scheibenhonig Boah Speed Pull Mal auf Das Stück ist das Depot und das ist nichts anderes als Hüche Das ist ja Ich dachte, das ist doch so ein Stealth-Level Aber drauf geschissen, ey Genau, wenn der erste Wachmann Schnell noch weggeballert wird Ist dann diese Sprengung nicht Und dann rollt man schnell an den Feinden vorbei und das merken Das ist cool Ich wünsch das irgendeinem Level davor Aber da muss man sich in Banbo reichen Scheiße ist das Das ist eine Sache der Geschwindigkeit Und dann würde ich das Spiel irgendwann mal auch im Ranger-Modus schaffen Jetzt bin ich ja im Spartaner-Modus Whatever that means Genau, und hier ist jetzt irgendwo Ist hier Stolperdraht 100 pro Da ist er Zack Ah, es lohnt sich ein Level 2 mal zu spielen Da erlebt man etwas völlig anderes Als im ersten Durchgang Hier wird den Feinden gegabelt Hier haben Drahtrechtsseite weggemacht Das gefällt mir sehr Ok Ok Jetzt den Tuch noch ein bisschen plündern Was? Alter Alter Simon Herzinfarkte krieg ich grad Was? Ich habe ja auch mal Aufschlösschen Aber ich kann dasen Bedeutel Und jetzt Aber Um Oh, der Typ, der ich den Revolver hatte. Ne, du warst ja weg, schrecklich. Das ist er. Die Frage ist, will ich, dass wir diese Waffe tauschen? Oder diese? Eigentlich nicht. Es ist echt schade, dass man nur drei Waffen mitnehmen kann. Weil das ist ein richtig geiler, edler, richtig teurer, toller Revolver. Auf der anderen Seite muss ich aber auch mit Luftdruckwaffen noch genug Gegner töten. Ich schau mir nebenbei ein paar Videos von dir an, höre dir aber zu. Das freut mich, Fuji. Hast du mein aktuellstes schon gesehen? Ich hab Eutersteins hochgeladen auf meinen Hauptkanal und ich hab ein schönes Weihnachtstied gesungen für das UFO-Mann auf meinen Drittkanal. Falls du das noch nicht gesehen hast. Bleib mal Werbung machen, ja ordentlich. Das ist aber nicht sehr kurz und nicht erwähnenswert. Ne, ich will diese Luftwaffe behalten. Obwohl, der Revolver ist schon mega geil. Mal kurz wegpacken. Der hat ungefähr denselben Zug. Ah, ich mach das auch mit der Luftdruckwaffe. Hier werde ich mal in der nächsten Stadt so präzisieren, ob man die stabiler kriegt. Also das ist mir wichtig. Schau mir gerade Passwordpressi an. Cool! Eines meiner Lieblingsvideos. Da war ich wieder in alter Form. Ich drehe ja jetzt sehr oft Videos unterwegs und da... hab ich mal wieder auf meiner Couch gedreht. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Jo, mach einfach mal. Ach, jetzt weiß ich welche Lampe man anschaltet in seine Kopflampe. Okay. Ist ganz billig Version davon. So, dann quatsch ich mal gar nicht so viel. Da sind's nervig die bei meinem hübschen Video angucken. Ich brauche Klicks! Okay. Ah, das ist schon eine sehr edle Waffe. Ah, im Notfall kann man sich eine kaufen, aber... Ne, ich mag die Luftdruckwaffe. Die hat wirklich... Obwohl sie nur diese kleinen runden Kugeln hat... Die ist... Boah... Holt dann schon rein. Bei den Gegnern. Zwei Pfeile habe ich hier weggeschnitten, oder? Ah, hier ist schon überdreht. Ah, hier ist schon überdreht. Ah, hier ist schon überdreht. Wenn wir schon beim Passwort-Video sind. Es war auf Platz Nr. 97 in meiner Liste. Kein Scherz. Ah, hier ist schon... Ah, hier ist schon... Jetzt hatten wir schon 3.48 in dem Game. Wo? 3.49 in dem Game. Ah... Ach ne, das nimmt der Real-Life-Zeit von der Xbox. Gott! Ähm... Okay. Kann ich jetzt mal hier links absuchen? Ne. Okay. Da rechts kann ich auch absuchen. Und jetzt sind wir links lang gelaufen. Wurst, dass es noch was gibt. Guck, das ist echt schon 3.50. Was ist denn das passiert? Jedenfalls werde ich jetzt eine längere Mittagpause machen. Es kann sein, es kann sein, dass ich beim Morgengrauen nochmal streame. Ich hab da nämlich noch andere Spiele im Kopf. Aber ich teste das nächste Level auf jeden Fall noch an. Das nächste Level heißt Verteidigung. Da ist nichts. Außenborsten und schwarze Stationen. Da muss ich erst wieder was erledigen. An Gamerscores. Wenn ich auf Deine monde schwarze, sage ich mal rein. In der gratulione deines Netz fünf ist das Schmuck. Oh! Ich bin seit der Garten. Stimmen soll ich gleich ja töten. Ich will es noch nicht auf die Kleinen damit gemeint machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, dann gehen wir das mal wieder weiter. Ok. Und bei BABY BABY, der Internet-Inform. Jetzt bin ich im Lernen Verteidigung. Da hab's da echt kein Gemos vor. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn das schon wieder solche Strafefeindinger sind. Obwohl, das muss nichts bedeuten. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Naja. Nose und Außenposten ist halt wichtig. Und schwarze Station. Ohne jemanden zu töten oder auszuschalten. Das wird witzig. Voller Gnade. Der Hunter war ich leider nicht flink genug. Das ärgert mich jetzt im Nachhinein. Aber ich kann ja noch mal in das Level reingehen. Aber jetzt nicht. Na, Spartaner-Modus bin ich gerade drin. Man sieht ja immer den leichten Spartaner-Modus. Ne, harten Spartaner-Modus. Den leichten Ranger-Modus und den harten Ranger-Modus. Man muss aber, um alle Gamer-Kurs zu schaffen nehmen, niemals einen harten Modus wählen. Das ist nur was für Masoristen, die sich selber schaden wollen. Jetzt haben wir hier an Statistiken. 0 Tage, 15 Stunden, 52 Minuten. Abgeforderte Patronen, 3557. Benutzte Gasmaskenfilter, 97. Heilige Scheiße. Benutzte Feindler, 322. Benutzte Medipax, 44. Das verstehe ich nicht. Ach, die sind ja das ganze Pack. Ich brauche da eigentlich. Ohne Inhalte. Eigentlich müsste ich schon 177 haben. Egal. Strecke in Kilometer, 178. Taschenlampen-Akku aufgeladen, 72 Mal. Anzahl tot 57. Oh, ich kann 57 mal weg. Der Händler ausgegeben. Der Militärpatronen, 133. Abgeforderte Militärpatronen, 0. Wo hört er die Gong? Die Glocken läuten. Das heißt, sie sind bald wieder an der Oberfläche. Ach ne. Ach ne. Ach ne. Lucky Bock. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Da bin ich damals schon, als ich das erste Mal vor 4 Jahren das Spiel tauschen und war jetzt 70 Mal vor 4 Jahren. Da brauche ich die Waffe, ja. Ich meine das mit der Verteidigung, nämlich wörtlich. Ja, ich mache das alles her, ja. Komm, sprich mit mir. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst. Wenn du ein weiteres Schütze bist, ich bin willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Emakulierung abgeschlossen ist. Mach den Kampf daran. Nimm alle ruhige Produktion aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unser, Kinder des Untermors. Ich muss mich in der Gitarre verstecken Ja ja! Jetzt kommen nur Salis. Und das hier ist so ein Witz. Wir haben Verluste. So ein schöner Tag heute. Wir haben uns planbar jetzt. Zelt dann, zelt dann, zelt dann. Mal kommen sie jetzt. Wir sind alle erledigt. Kämpfte verklingeln. Wir sind alle erledigt. 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 Ich liebe diese Waffe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die ist so nötig, diese Waffe. Wir sind alle erledigt. Ich bin wieder so nicht reich Ich bin wieder so nicht reich Ich bin wieder so ein Game of the War Was ist denn heute für ein Tag? Los, alle Sieger! Wahnsinn! Ich habe noch einen, ich habe so viel wie je zuvor! Ich habe noch einen, ich habe noch einen, ich habe noch einen. Ich habe noch einen, ich habe noch einen, ich habe noch einen. Ich habe nebenan einen. Sk Rinne aus. Wie viel, wo es dir stecken wird? Ollis muss gewarnt werden. Meine Tage sind gänzelt, wie du es sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Ollis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Scheibenhornig. Nicht wieder, weil es ein Server lebt, Standard. Oh, jawoll. Oh, nie her. 100 Nusadi sind da schon in diesem Level. Noch ein Eintrag. Oh, jetzt noch viele Einträge in Verteidigung. Geister, trockene Stationen habe ich nicht alle. Hier fühle ich mich wie zu Hause an der Messe. Die Leute hängen an ihrer Station, genau wie wir. An ihren einfachen Heimatstätten, ihrem bedeutungslosen Leben im Untergrund, die trostlose Zukunft ist, wenn es für sie noch Rettung gäbe. Alles umsonst. Ich kann nur hoffen, wir können nur hoffen, dass es noch einen kleinen Aufschub gibt, bevor wir alle im ewigen Schatten enden. Und trotzdem geben sie nicht auf. Sollte auch gehen. Die Zeit wird knapp. Sollte auch gehen. Sollte auch gehen. Sollte auch gehen. Ah, nicht von hier glaube ich. Ach, hätte man schießen können. Hätte, hätte, hätte. Jetzt kann ich hier alles wieder haben. Ne, das ist eh nicht möglich. Ehe nur eine Trappe. Ohne Trasinger. Da muss ich echt aufpassen in diesem Level. Es ist eine Menge Einträge. Aus dem kann ich nicht fahren. Ein Schienenwobet. Ich muss noch einstellen. Ich muss noch einstellen. Ohne. Ohne Tief. Ohne Tief. Ohne Tief. Ohne Tief. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist nervig. Das ist eine Sucherei. Nein, wir haben die Einfälle. Vielen Dank. Das ist eine Sucherei. No way. Das war's! Mal wieder! Was ist denn sonst? Naja, nicht unbedingt. Weil ich ja weiß, dass keine Einträge da sind. Das Einzige, was da ist, dann hinten im Soho ist halt ein bisschen... Bisschen mehr die Harmonie. Junge Krepier! Genau, da war halt ein bisschen... Einträge waren wir nicht. Und hier war noch ein bisschen weniger. Ich weiß auch absolut nicht, wie man sie einlegt. Das würde ich auch gar nicht wissen. Moment. Das war's! Das war's! Das war's! Wirkliche. Das war's! Wirkliche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hätte nur noch passen oder so zum Schlüssel finden. Zu weit kann er nicht wechseln. Ich muss hier vielleicht eindrehen. Ich weiß hier aus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, Ja, ich schlafe Bier. Oh, I like it. Ich habe mich gescheitert. Vielen Dank. So, jetzt Pits. Meine Gott, noch nicht geschlagen, aber eingestellt. 300 von 1.000, 20%. So, jetzt Pits. 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 Vielen Dank für's Zuschauen. Wir sind doof in der Maske. Wir sind doof. 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 So, so. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Die sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber damals wie ein großer Nosales ins Genick gewissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen. Beitrag 3 Die Kinder der Metro Manchmal habe ich das Gefühl, dass jene, die im Untergrund geboren wurden, nie die Sonne gesehen haben. Eine völlig neue Art sind. Der Junge ist gerade durch die Hölle gegangen, hat nur aus purem Glück überlebt, und er verhält sich, als sei nichts gewesen. Er spricht ruhig und rational. Ich erinnere mich an den Tag in der Station, in der meine Mutter und ich zuerst lebten, als wir an der Metro gegangen waren. Das ist ein Sein-Kollege. In der meine Mutter und ich zuerst lebten. Wir wurden von Ratten angegriffen. Mutter starb. Und die Ratten, sie und ich wurden von Sukhoi gerettet. Er erzählte, ich habe danach mehrere Monate lang nicht gesprochen. Kein Wort. Und dieser kleine Junge, vielleicht herzt die Metro uns ab. Vielleicht werden die Generationen, die ohne Sonne aufwachsen, aber auch ohne Furcht die Erde zurückerobern. Wenn ich ihnen eine Chance gebe. Ich habe dann auch noch eine Chance gebe. So. Okay. Einen Eintrag noch, hoffe ich. Dass ich noch bin, dass ich noch vorbei bin. Schau, stell uns das gerade so schwammig. Und hier komme ich. Ich muss ruhig zumachen mit der Tür. So. Oh, was die geht? Oh, was die geht? Leib euch. Und da warst du? Und da warst du? Ich hatte die Anzeichen noch mehr herracht. Das ist geschissen. Wie warst du eigentlich auch schon jemanden? Ich hasse Schleicher. Ich habe den Sohn und Schleuchtteln. Ich habe den Sohn. Ich habe den Sohn und Schleuchtteln. Ich hatte die Anzeichen. Ja, hier können wir eben wieder absenken. Das ist schön. Ja, ist ja die Translation. Dann verantworte ich welcher voll Idiot. Das war sogar Wasser drin. Wow. Schade, das war leicht durch den Top hier hin. Vielleicht brauchen wir auch Muni für das Ding hier. Ja, das war ja. Ich hab auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, dass ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Das war mir so doof gemacht mit dem Jungen, dass man den nicht sieht, dass der die ganze Zeit unsichtbar hinterher ist. Welchen Level? Achja, ich bin immer noch in Verteidigung. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Zweite Klappe. Deskriptetes Gesprächsmonster. Jetzt nicht mehr. Vielleicht war es doch nicht gesriptet. Vielleicht war es doch eine richtige Warnung. Oh, mal schöne Schatten. Ja, die kommt immer von irgendwoher. Ja, gebrochen. Wieso kann ein Junge nicht passieren? Automatisieren. Das ist schön. Das hört mir. Das hört mir sehr gut. 820. Ey Leute, die 1000 schaffe ich. Das war nicht mehr heute, aber generell. Du bist wirklich gerne. Mit welcher Taste man hier. Da ist noch eine. Damit man die Thermadrohen einlegen kann. Befeuert. 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 Abonnieren. Hey, pass auf, da ist ein Loch! Ich bin ja nicht doof. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Hey, aufpassen! Der Junge macht mich ja nervöser als die Viecher, dann schreckt dich mit denen. Da ist noch einer! Hey, da kommt einer von hinten angekrochen! Hey, da kommt einer von hinten angekrochen! Ich merke es ja! So ein lästiges Arscher! Das ist ja jetzt ein Witz, oder? Wahnsinn! Wahnsinn! Da kommt einer von hinten angekrochen! Heute merke ich immer so groß, als im gesamten Monat Juli, wo ich das Spiel gefunden habe... Wir können aber... Wir können aber... Wow. Na ja. Wir gucken mal. Wir haben es wahrscheinlich noch. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und sagen andere Kinder. Ist das wahr? Ja. So. 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 Was ist das da oben? Moment, Onkel, hab dir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Wow, ich brauch mir jetzt noch Hemms mehr Eintrag. Jetzt ist ja wohl in Öfen. Okay, das ist leider noch mal zu machen. Nee, von hier komme ich ja. Oh, oh, oh. Okay, next. Gutes Video hier. Was, wo, was, welches? Hier noch kein Passwort Video, oder? Oh, das haben sie schön gemacht. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Oh, René, hi. Jetzt werden die ersten wieder wach, ne? Moment, so wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Aber ich werde gleich ein Häuslein machen. Und dann später wieder kommen. Vielleicht. Oh, da war man die. So. So, ich will unbedingt noch ein anderes Spiel noch mal antesten, was ich jetzt seit Monaten hier gespielt habe. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ja, das passt auf die. Guten Morgen. Dankeschön. Das gefällt mir. Das dir gefällt. Ja, Datenmäßig, ne? Das ist... Ach ja. ... Was ist das denn, was ist das denn? Gehen wir bis hin, Karina. Lass uns stehen. Lass uns zu dir gehen. Da hängt er an, und ich ziehe ihn dort. Bist du okay? Sein Vater ist uns an und wir sind, und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ich das umgekehrt. Aber dieser Mann hat sich gefragt, auf seine Schulter. Ich habe ihn rausgegangen. Oh Gott. Armer Solljuska. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. So, das kann ich nicht wieder gut machen. Ja, ich muss drauf. Aber nehmen Sie bitte Patronen, wenigstens etwas. Schau jetzt Wahlen. Mein Wahlen-Video ist okay. Noch schöner. Ich dachte, ich bin bei der schwarzen Station. Oh, hier muss ich den Eintrag legen. Oh, wie Sie wollen. Oh, mein Gott. Beste Waffen von den Spiegelistern. Kommen Sie durch. Was? Stop. Da war es. Jawohl. Alle vier Einträge. Oh, herrlich. Was für ein Mehl habe ich denn da? Ja, das eine war hinter dem Feuer ein bisschen, aber die anderen waren relativ leicht. Eintrag 4. Für die Rettung ihres Kindes bietet sie mir ein paar Patronen. Als wenn ich eine Wahl hätte, aber was früher normal war, scheint sehr seltsam zu sein. Und was die Welt früher angeekelt hat, lässt heute niemanden mehr in die Nase rümpfen. Was soll ich tun? Die Belohnung ablehnen und sie beleidigen? Belohnung nehmen und zugeben, dass ich ein Kind gerettet habe, nur um eine Belohnung zu erhaschen? Die Tage, in denen ein Mensch leben, ein Kind erleben, unbezahlbar sind längst dabei. Heute haben wir alle einen Preis, die Patronen, die mir für die Rettung des Jungen gegeben wurden, scheinen ein guter Tier zu sein. Der übliche Preis für ein Leben liegt bei einer Patrone, gerade genug, um sie anzunehmen. Ui, ich hab's auch nicht, ich hab mich noch absolut benehmt. Aber ich glaube, dass mein Verhalten hier im Spiel hat halt Einfluss darauf, wie es endet. Hier hast du das Buchgespräch mit Gott Teil 3 gelesen? Nein. Aber ich taste mich immer näher ins letzte Drittel von Teil 2. Also ich hab jetzt, ich bin überhaupt erst vor kurzem dazu gekommen, ähm, 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 Teil 3, ähm, zu lesen. Äh, Quatsch, Teil 2 weiterzulesen, bin ich erst vor ein paar Wochen dazu gekommen und da bin ich schon sehr weit vorgedrungen. Also Teil 2 werde ich bald beendet haben und, ähm, danach werde ich Teil 3 beginnen. Wolltest du auf einen bestimmten Punkt in Teil 3 hinaus oder einfach nur mal so nachfragen? 1.0. 1.0-1.0. 1.0. Zieloptik. Ein Stück Militärtechnische Vorsicht. Diese Nachtsichtziele Optik ermöglicht präzises Treffen von Zielen im Dunkeln. Ziele fliegt aus der Vogelszeit und macht das Zielen bei geringer und mittlerer Entfernung einfacher, ohne zu der Hörsicht zu öffnen. Das ist eine Nutzung mit den Welkenden und Firis. Wir machen mal Nachtsicht. Zweifach Zieloptik durch IA Zieloptik ersetzen. Für diesen Tausch musst du 22 Munition bezahlen. Ja, ich mach's mal. Es wird dich umhauen. Da bin ich mir sicher. Das hat bis jetzt jedes Buch getan. Von dieser Reihe. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich freu mich tierisch drauf. Der dritte Teil sagt sehr vielen Menschen zu, sag ich mal. Guck. Oh. Wie zeig ich dieses Jahr überhaupt noch hinter. Ah. Oh Gott. Wie freu mich. Welcher Seite bin ich denn? 280 hier hat die Reihe nochmal von Gesprächen mit Gott lesen die ganze Reihe nochmal hier hat Teil 1 habe ich mir einfach mal vorgenommen jetzt so im Nachhinein reflektiert das ist so diese ganze Buchreihe bisher die ersten 1, 2 Drittel Bücher das ist so eine schöne ja wie soll ich sagen Mischung aus guter Wiederholung damit man es sich auch endlich mal merkt und endlich mal danach handelt und lauter neuen geilen Dingen die noch nicht da waren das ist so angenehm zu lesen das ist ja generell auch das ist bei Büchern geilen Selbstverständlichkeit ich habe schon andere Bücher von anderen Leuten gelesen Gespräche mit Gott ist wirklich eines auch der angenehmsten und flüssigsten zu lesensten Dinger überhaupt wie lange hast du denn dafür jetzt gebraucht das Teil 3 schon durch lauf verschieben Schalldämpfer habe ich schon behebt das Hauptproblem des Bastards seine Neigung zu überhitzen überschüssige Hitze wird überdünne längst aus Metall verlaufen hier habe ich ein Laservisier aus der Vorkriegszeit ermöglicht das Ziel mit der Waffe bei geringen Entfernungen und so präzise Treffer diese anatomische Kolben gibt den Schützen mehr Kontrolle über den Bastard was du allen bei der Feuerautomatik hilfreich ist ja weniger überhitzen oder weniger verziehen ja ich kann es gerade jetzt sehr gebrauchen Teil 3 hatte ich am schnellsten durch echt okay obwohl es das dickste Buch ist Teil 3 ist ja Welt da kann man ja Menschen mit erschlagen ah ja apropos du konntest es sehr gebrauchen mir ist eine ganz bestimmte Sache aufgefallen ähm wenn man das eine Weile nicht gelesen hat und es einem schlecht geht oder man irgendein Problem im Außen hat spielt es gar keine Rolle welches Problem man gerade hat man liest ein paar Seiten und irgendwie weiß dieses Buch geschickt deine Probleme zu lösen ohne sie zu wissen also man kann fast jeden Abschnitt kann man was für sich rausnehmen was gerade zum eigenen Leben und zur eigenen Situation passt auch das ist absolut genial das können nur ganz wenige Eckart Tolle konnte das auch aber ansonsten fallen mir keine ein ich habe noch andere Bücher gelesen das kann ich dir sagen aber das Buch das hilft dir wenn du es brauchst egal was du dann liest welchen Abschnitt der passt irgendwie immer 40 Munition oh 40 das tut weh ne das ist es mir nicht wert das kann man hier noch zufügen Schaltdämpfer verlängert verringert die Streuung der Schüsse und wandelt die Dublette von einem Nahkampfwaffe in eine echte Jagdklave mit der Anfernung nöö lassen Sieも die haben mich nur noch die あ summers rettet. Macht die Handhabung der Waffe einfacher und verringert den negativen Effekt des Ringstuhls auf die Genauigkeit. Ein Laserwieser. Dieser Federgolfen, der von Schmidts Waffenhexen gebaut hat, kompensiert den Rückstuhl effektiv und erhöht somit die Genauigkeit der Waffe. Dann hast du der Wold drauf, 11, verringert nur den negativen Effekt des Ringstuhls. Kompensiert den Rückstuhl. Häh, bekam auch mal der ersten. Wie soll er jetzt trotzdem dafür haben? Kompensiert den Rückstuhl. 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 Das war's. Man kann zwei dranpappen. Man kann hier alles dreis dranpappen. Dann machen wir das doch mal so. Hier wird's nicht hin. Ich muss sagen, dass ich so tief, wie ich gefallen war, gefallen bin seit dem 1827, dass meine Angststörung völlig aufblieben konnte, da ich ja mein Medikament abgesetzt hatte. In all den Jahren habe ich sowas noch nie gehabt. Das Neueste war, um Panikattacken und Angst rauszugehen. Ich habe davon schon gehört, Ufo sprach von solchen Zeugen und ein paar andere haben am Stream auch schon davon gesagt, dass, wenn man Medikamente absetzt, es schlimmer werden kann, als wie vorher, vor den Medikamenten. Eine Art Rückfall, bzw. noch Verstärkung. Und wie geht's dir jetzt im Moment? Ist es jetzt komplett abgesetzt? Kommen wir nochmal zu der Waffe. Ja, hier wird's zeigt, dass jetzt geht man wieder nicht. Windows oder Dämpft, 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 Dämpft. Dämpft, 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 Dämpft. Ja, die hat schon eine Nachtsicht. Ja, bitte. Die mit dem Qualitätsventil aus der Vorgangszeit ausgestattet wird, verliert keine Luft, dass ein Überdruck gebaut wurde. Das ist ja, wie sehr hat sie schon. Ich fing an, Goldrude zu trinken. Und es half mir. Was ist denn Goldrude? Ich verlor 10 Kilo und konnte gar nicht mehr essen. Nun geht es wieder mit dem Essen. Nur das rausgehen fällt mir schwer. Nun nehme ich seit sieben Tagen wieder die volle Dosis. Nur langsam zeige ich es Wirkung. Ja, später wieder auf die Hälfte reduzieren. Okay. Puh. Das ist eine Goldrude. Ist das Alkohol? Kaufen, verkaufen. Und wo ist Ihre nun? Meine ist hier. Dieses Kaliber haben sie nicht. Und wo ist Ihre nun? Meine ist hier. Konnte ich wieder ein bisschen was mitmachen. So. Ich kenne es ja auch gut, wenn was Goldrude ist. Ich stelle mal eine Kopie. Das ist eine Pflanze. Oh. Oh, es gibt das D. Okay. Warte, ich habe mich wohl vermacht. Die ausgewogensten Messer. Sie müssen aber bis 5 zählen können. Fang! Und Probleme besattigt. Schärfere gibt es nicht. Damit können Sie sich sogar rasieren. Nehmen Sie sich ein paar. Sie sind immer nützlich. Ein Heilmittel für Angst. Dieses Kaliber haben Sie nicht. Das höre ich bestimmt nicht. Ich verkaufe meinstes Zeug. Nur mit auf meinen 800er hochzukommen. Da gehe ich völlig Munition. Nein, das ist ein sehr guter Tee, der Nieren durchspült und die Psyche hilft, dafür zu bleiben. 2 Tassen täglich. Cool. Das wusste ich noch nicht. Ich liebe natürliche Produkte. Okay. Du hast geschrieben, es hilft dir. Okay. Nicht mehr essen zu können ist in deinem Fall wahrscheinlich nicht sehr angenehm. In meinem Fall würde ich es mir wünschen, weil ich bin übergewichtig. Geigenhumor. Ich mache auch aktuell gerade eine Diät. Ich habe ja schon ein bisschen was noch. Ich bin fast stolz wie sonst noch was da drauf. Ich weiß ja nicht, was dein Ursprungsgewicht war. So, ich habe jetzt alle Einträge. Ich habe jetzt meine Geschäfte gemacht. Immer alles verramft, weil ich kriege unterwegs eh noch Muni. Himmel, Arsch und Zern, es ist dunkel mehr. Spät haben wir das. Ja, ich muss jetzt wirklich mal langsam aufhören. Das Spiel macht Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Das Spiel macht Spaß. Ne, von hier auf nahm ich. Ja, bis zur nächsten Diskette laufe ich noch, dann mache ich aus. Also bis zur nächsten Automatikspeicherung. Ja, wo muss ich denn hin? Geht das denn lang? Ich kann jetzt um den Muni rausziehen. Das ist wahrscheinlich nicht das Glückste. Jetzt habe ich dieses Kette hier gerichtet. Jetzt habe ich natürlich komplett leere Waffen. Leiter runter. Ja, klar. Man macht das Spiel Spaß. Pass auf, wenn es am schönsten ist. Jetzt kriegen die wenigsten hin. Natürlich erstickt. Ja, ich bin jetzt das erste Mal. Ne? Wenn du verschreiben möchtest, nutze die Chance jetzt, sonst bin ich weg. Ich lese es auch noch, wenn ich den Stream beendet habe, habe ich immer noch so 10 Minuten mein Chatprogramm auf. Falls noch irgendjemand was von mir möchte, mache ich immer so. Ja, ich muss und will wieder alleine einkaufen. Und das schaffe ich auch. Ich habe mich lange nicht gemeldet bei dir, weil ich nicht konnte. Es war wie eine Blockade. Oh, okay. Ja, ich habe dich schon vermisst. Und ich habe auch im persönlichen Gespräch etwas vermisst. Wir haben lange nicht geskypt. Ich habe das Spiel auch geliebt. Echt? Das hier? Okay. Dann hatten wir schon das gespielt. Vor vier Jahren, als es rauskam. Zum ersten Mal, glaube ich. Vor vier Jahren, oder? Ne, es kam gleich noch. Ach, ich weiß nicht, wann es rauskam. Jedenfalls gucke ich jetzt erst einmal auf mein Update. Weil ich will bei Legen halt irgendwann mal wieder Estronier spielen. Moment mal. Mal weg. So. Das hat jetzt hoffentlich keine Bugs mehr. Jetzt will ich mal wieder testen, ob das noch Bugs hat. Spielwaren hat mich nämlich Schweinegeld gekostet. Ja, schade, wenn ich es nicht spiele. Diese seltsame neue Xbox-Menü, das ist ja so schrecklich. Na, wo finde ich meine Spiele? So. Slime Ranger habe ich auch noch. The Walking Death. Seasons 2. Outlast. Alle solche Spiele. Die ich mal kostenlos und nachher geworfen bekommen habe. Genau. Astrum hier. Ich habe es in diesem Sommer gespielt. Ah. Also, erst die neue Version. Redux. Gehe ich mal jetzt von da aus. Wir müssen jetzt, ich warte jetzt noch darauf, dass er Updates zieht. Ich kann sie mir zeigen. Wollte da unbedingt noch mal reingucken, aber ich wollte jetzt noch Updates ziehen. Und nicht spielen. Das habe ich damals in der Pre-Beta-Version irgendwas bla gekauft und das Spiel ist andern und abgestürzt. Das hat sich rockt. Jetzt kann sich keiner vorstellen, wie das hier rockt hat auf der Xbox. Naja. Okay. Ich mache jetzt auch mal Schluss. Wie schon gesagt, soll es noch mal schreiben. Ich lese es eh. Yep. Beide Teile. Ja. Den zweiten Teil habe ich übrigens nie gespielt. Bis zum heutigen Tag nicht. Ich habe die Redux-Version hier. Also, ich habe das Original ja für die Xbox 360, aber ich habe die Redux-Version hier hinterher geworfen bekommen. Da habe ich die genommen. Für 3,75 Euro. Ein anderes Spiel auch nochmal 3,75 Euro. Da konnte ich nicht Nein sagen. Da wollte ich es auf der Xbox One dann haben. Das liegt auch daran, weil mein Xbox 360-Controller kaputt ist. Das wird mir ab. Jetzt zieht der jetzt echt ein Update im Hintergrund? Ist deswegen jetzt ein Wochenende der Laden da? Jawohl. Das Spiel stürzt schon ab, wenn man... Immer noch Pre-Alpha. Pre-Alpha nennt man's. Besser das Spiel aufgrund eures Feedback und Updates neuen Features. Und in der Laufe der Zeiten steht dadurch ein Spiel als Kamele. Die werden manchmal Waxen teilen, die sehr lustig sind. Aber auch Probleme bei einem. Schließ dich der Diskussion dann jetzt. Jetzt wird's hier... Jaha. Ja, 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 ja. Guck mal, ist überhaupt noch jemand im Spiel. Das Grabungs-Update. Jetzt live. Petschen-Mäusen. Nee, ist klar. Dann Schlaf gut. Nee, nee, ins Bett gehe ich noch nicht. Mein Schlaf gut ist komplett Bananen. Ich schlaf nachmittags aktuell. Ich esse jetzt auch schon mal was. Schlafen tue ich noch nicht. Ach, alles in Englisch hier. Okay, ich bin jetzt weg. Tüdelü. Mich sehr gefreut, dass du vorbeischaut hast, Fuji. Bye-bye.